Hallo, hier ist die Melissa. Ich wollte dir nur mal mein Pferd zeigen, weil ich weiß, da sind Leute, die meinen Blog ansehen, angucken und die sind deutsch. Das ist die Daisy. Hi, Daisy. Es schneit hier gerade und sie kann nicht so gut in ihren eigenen Zaun gehen, da drüben beim Stall, weil da so viele Bäume runterhängen und sie kann nicht laufen, also ist sie hier drin. Und hier kann sie ein bisschen laufen. Sie will hier Gras essen, aber da ist kein Gras. Also dann, tschüss.